so gut dann machen wir weiter ich denke wir machen unten weiter beim keller die kisten stapeln ja 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 so dann bauen wir mal weiter aus die dazu brauchen wir trichter und kisten jetzt mal gucken wo die trichter waren gut dann machen wir mal hier bei ich stöte gerade gut ok jetzt war hinten drauf du kannst doch bei mir in den kanal gehen da habe ich ein chat offen da musste ich anrufen geh auf meinen kanal drauf und da kannst du auch beitreten guck dass es wie das geht so das heißt hier kisten drauf ist richtig ne und dann einfach hoch dann hier da ist das stück gut und dann ist es andersrum ach man okay 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 so okay 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 gut okay so okay 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 So. 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 Okay. dann noch zwei ebenen höher bauen so geste drauf finden noch mal und dann dann warum macht er das denn nicht? hä? warum macht der 2 da hin? ist bestimmt wieder ganz nach unten gefahren da durch hier durch muss ich gleich die kiste komponieren warum kann ich schon nichts dran machen? ein wenig der facke so kiste drauf und dann hinten nochmal ok sprengen geht hier was ist denn jetzt hier los hätt'n hier die treffsteine gemacht hätt'n hier die treffsteine gemacht so jetzt noch einmal die kistenreihe und dann trich da drauf auf so und jetzt von oben ok von oben habe ich achso mir fehlen noch die böcke und den und der hier und der hier stimmt sonst ist nichts mehr runter ne ok ok dann müsste ich nochmal nach vorne ein paar sachen holen ok 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 und dann noch die und dann noch die steine brauche ich aber damit ich oben die blöcke setzen kann und hier waren irgendwo und hier waren irgendwo die ne genau die die und hier und dann die die So, jetzt die Trüchter. Dagegen. Jetzt können wir die wieder abreißen. Ja. Gut, und jetzt die... Die Todeson. Ok, das Sama. So, dann schauen wir mal hier uns die nächsten Reihen an. Machen wir erst mal hier vom Boden fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die zweite Reihe. Dann eine leer. Und dann wieder hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also bis hier hin müssen wir die bauen komplett. Das ist dann wieder der Durchgang. Ich baue die erstmal bis hier. Dann muss erstmal die Wand wieder weg. Das stört doch beim Einsamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 12, 14, 14, 15, 15, 16. Vielen Dank.